Auf unserer Seite ein Dankeschön an die Frau, an die Frau Helga und die sich so zu sagen, eigentlich bitte jeder beiträgen, so gut wie zu, dass nicht doch, was hier angesagt wird, wir jetzt schon jetzt so zu sagen, das Ende einleiten. Wir haben gemeinsam mit der Demonstration der Initiative zur Aufklärung des Monatsabends und gemeinsam ein Zeichen gesetzt gegen Rassismus, gegen den Mord am Norden. Wir haben gemeinsam mit dem Rassismus gedacht und wir werden den Rassismus nicht vergessen und wir werden zusammenhalten und wir rufen alle gemeinsam auf, an dieser Initiative mitzuwirken. Diese Initiative ist offen für alle, die sich engagieren wollen, damit dieser Fall aufgeklärt wird, damit der Mörder gefunden wird, damit der Druck gegen die Politik, gegen die Öffentlichkeit, gegen die Ermittlungsbehörden erhöht wird. Ihr seid alle eingeladen, Dienstag zum Tränen der Initiative zu kommen und einfach mitzumachen. Dankeschön für das Kommen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, wir hoffen, wir sehen uns Dienstag 19 Uhr bei Almende, hier Koppel-Saldam und wir bedanken uns bei allen Freunden, Kommilien, Angehörigen und bei euch, dass wir gemeinsam eine Schotten-Demonstration im Gedenkland nur auf durchgeführt haben. Vielen Dank! Wir werden nicht. Wir werden nicht. Wir werden nicht mehrtime. Wir werden nicht mehr herausshire estoy. Wir werden nicht mehr sa Strange. Zuhrafen 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 Sie Sie